Das ist die Ruhe vor dem Sturm, aber ich sag's euch nochmal, kein Bettel, kein Bettel mit Bassapfen-One, kein Bettel, kein Bettel, kein Bettel mit Billy-Bass. Denn wenn ihr einer battelt, dann sind wir das, mein Freund, wir das, wenn ihr einer battelt, dann sind wir das, mein Freund, merkt ihr das? Oh, es ist so obskur, aber es ist nun mal Fakt, wenn ihr eine Ärger macht, dann machen wir das. Wir fordern heraus, wir batteln. Wir fordern heraus, wir batteln. Herausforderungen von euch interessieren kein Stück, denn es gibt kein Bettel. Das gilt nicht nur für Berliner, das gilt für die ganze Welt. Wenn wir batteln wollen, dann suchen wir uns unsere Gegner selber raus, du Klaus. Nix hat das mit Feige zu tun, denn wir suchen immer stärkere Gegner, wo man ganz genau weiß, dass es eigentlich die Battle-Attentäter schlechthin sind. Was ist denn mit der Riemensimen oder mit der Kul-Krass-Sau-Warsch? Never ever, niemand burnt so und niemand hat so den Flow. Und Prinz Pi ist so Kommerz jetzt ohne Scherz. Prinz Pi ist das allerletzte, ich scheiße darauf. Ich scheiß auf Formos Mac und die Beatfabrik tut das auch. Beatfabrik scheißen, worum Crews sich reißen. Heute scheißen Crews auf die Beatfabrik. Alles immer nur wegen Prinz Pi. Oh, Formos Mac und Mike, was geht jetzt ab? Junge, du siehst wirklich behindert aus, neben der Tor-Tommy-Gun. Aber dieses Mal mach ich dir den Gar aus und nicht der Tor-Tommy. Ich schicke dir die Bonnie vorbei und dann wirst du sehen, es geht krasser als Russki-Mafia, Russki-Mafia. Servo-Kroato, Russki-Blabla. Ich schicke Bonnie die Macht an Tra-Ha. Tra-La-Li, Tra-La-La, Tra-La-Li, La-La. Ich nehm die Triller, Pfeife, liege los, ein Pfiff, das ganze Gärtenspurt, ich hab's im Griff. Auf geht's, auf geht's, wir finden euch. Und wenn wir euch gefunden haben, dann seid bitte nicht enttäuscht, dass euer Leben auf diese Art und Weise endet. Aber ihr habt es so gewollt und nix daran geändert, also guten Tag, guten Weg. Aber euer führt nach unten, nur damit wir uns verstehen. Es gibt kein Battle mit mir und Billy B. Das ist Part 1 und der tut schon weh. Warte mal ab mit Part 3 und 4. Komm mal erst so richtig in Fahrt, bitte glaube mir, ihr seid alles kleine Körner. Wir sind die Überburner, weil wir sind ganze Flammenwerfer im Napal-Betrieb. Napal-Mei-Nun-Achzig-Tur-Friek. Allloader, X-Tur-Friek. Bapariraparitter. Baparirap. Babirap-B собойidalap. Alles nur Pallavra, Mann. Wir reden verarscht. Ich mach dir das klar und du siehst die Wahrheit. Und zwar direkt ins Gesicht, aber beschwer dich danach bitte nicht, dass ich es aufgedeckt hab. Nur wenn ich selber zu blöd warst, es zu sehen, musst du jetzt dir eingestehen, dass du es verkackt hast. Aber was hab ich damit zu tun, du Spaß? Du kannst mich doch nicht hassen aufgrund deines Versagens. Das mach ich nämlich schon mit dem Rest der Welt, also halt deine Fresse und verdien mir mein Geld. Geh ackern, Hartz IV finanziert sich nicht von allein.